Das Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit ist eine 2010 in Köln gegründete deutsche Kleinpartei. Sie ist eine der ersten von Muslimen gegründeten Parteien Deutschlands und beabsichtigt, sich insbesondere für die Interessen von Muslimen und ihre gesellschaftliche Integration in Deutschland einzusetzen. Die Partei wird von verschiedenen Beobachtern als Ableger der von Recep Tayyip Erdogan angeführten türkischen Regierungspartei AKP eingeschätzt. Zu der ein intransparentes Verhältnis bestehe. Gründung Im März 2010 wurde BIK in Köln gegründet durch die Fusion von drei regionalen Wählervereinigungen aus Bonn, Köln und Gelsenkirchen. Das Bonner Bündnis für Frieden und Fairness wurde am 30. Juni 2009 von Harlock Yildiz gegründet und am 19. August 2009 in einer Pressekonferenz vorgestellt. Das BFF entstand aus den Strukturen des Rates der Muslime in Bonn, welcher 2006 auf Yildiz' Engagement hin und aus Anlass des Karikaturenstreits gegründet wurde und dem Zweif vom Verfassungsschutz beobachtete. Moscheevereine angehören Yildiz, der sowohl erster Sprecher des Rat der Muslime in Bonn war als auch Gründungsvorsitzender des BFF wurde, erklärte. Das BFF sehe sich aber nicht als politischer Arm des Rat der Muslime in Bonn, sondern als eigenständige Vereinigung. Vorsitzender des neu gegründeten BFF wurde Yildiz, der zweite Vorsitzende Basen-Jürgen Kannig. Im Vorfeld der Bonner Kommunalwahlen am 30. August 2009 hatte Yildiz die Rechnung aufgemacht, dass in Bonn rund 30.000 Muslime leben, von denen etwa 7.000 wahlberechtigt seien. Wenn uns nur ein Teil davon ihre Stimme gibt, kommen wir sicher in den Stadtrat, so Yildiz. In Bonner Moscheen wurde zur Wahl des BFF aufgerufen, von den rund 50 BFF-Mitgliedern sind viele in Deutschland geboren, alle sind Muslime. Das BFF erhielt aufgrund von 2732 Stimmen zwei Mandate im Bonner Stadtrat. Den zweiten Sitz neben Yildiz übernahm Hülya Dogan, die ebenfalls langjährig im Rat der Muslime in Bonn aktiv war und nach der Wahl erklärte. Sie sei nicht nur als Hülya Dogan im Stadtrat, sondern stellvertretend für alle Frauen mit Kopftuch. Das Bonner BFF nennt sich seit der Fusion zur BIG-Partei 2010 BIG-Bonn. Die ähnlich strukturierte Bürgerinitiative Gelsenkirchen hatte nach den Ergebnissen der Kommunalwahlen in Gelsenkirchen am 30. August 2009 ebenfalls zwei Stadtverordnete in den Stadtrat entsenden können. Die alternative Bürgerinitiative Köln hatte jedoch bei der Kommunalwahl in Köln 2009 nicht genug Stimmen für Mandate erhalten. Im Februar 2010 stellten die Wählervereinigungen in Gelsenkirchen und Bonn auch eigene Wahllisten zu den Ausländerbeiratwahlen auf. Im März 2014 schloss sich die überwiegend in Niedersachsen aktive muslimisch-demokratische Union der BIG an. Die MDU hatte bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2013 landesweit 210 Stimmen erreicht. Der MDU gehörten viele Mitglieder der Muslim-Marktbetreiber Familie Ösous an, unter anderem Fatima Ösous. Die MDU nahm 2013 mit Transparenten und Flugblättern an der jährlichen Kurztagsdemonstration in Berlin teil. Der Vorsitzende und Sprecher der MDU, Biel Al-Uwe Wilbert, ab 2014 Mitglied im Vorstand der BIG, war einer der Hauptredner auf der Kurzdemonstration 2013 wie auch 2014 in Berlin. Organisation Haluk Yildiz, der vormalige Vorsitzende der Bonner Wähler-Vereinigung BFF, wurde BIG-Parteivorsitzender, stellvertretender BIG-Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender der BIG Berlin ist Esmet Misielogu, Beiratsmitglied des Moscheeverein Insan und ehemaliger Büroleiter des Berliner Büros von Islamic Relief Deutschland. Weiteres Mitglied im BIG-Bundesvorstand ist Aymen El-Atta vom Islamischen Zentrum Aachen, wo wiederum Eva-Maria El-Shabassi in der Islamischen Fraueninitiative des IZA tätig ist, die auch für BIG-Aussagen zur NRW-Bildungspolitik macht. Der Hamburger BIG-Landesvorsitzende Yasser Erdogan war Vorsitzender der Hamburger Niederlassung der Union Europäisch-Türkischer Demokraten. Der Bremer BIG-Landesvorsitzende Shahin Salbas war bis 2010 Generalsekretär der OETD in Bremen. Der baden-württembergische BIG-Landesvorsitzende Yasser Mert, der bei der Europawahl 2004 für die ehemalige Kleinpartei Fakt von Jamal Karsli kandidieren wollte, engagiert sich ebenfalls in der OETD in Baden-Württemberg. Nach Angaben der Partei hat BIG in NRW 350 Mitglieder. Die Klausurtagung der BIG-Partei fand am 18. Dezember 2010 in Istanbul statt. Mitte des Jahres 2011 hatte nach eigenen Angaben BIG-Berlin 70 aktive Mitglieder. Die Bundespartei hatte laut Parteivorsitzende Mildes Mitte des Jahres 2011 über 1000 und Mitte 2013 ungefähr 700 Parteimitglieder. Zur Wahlwerbung nutzt BIG-Wahlplakate und Wahlwerbespots auf Türkisch, Deutsch und Arabisch. Laut Berliner Landesvorsitzenden Misielogu finanziert sich die Partei ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Teilnahme an Wahlen Seit der Parteigründung 2010 konnte BIG außer bei der Wiederwahl von Harlock Yildiz in den Bonner Stadtrat keine Mandate mehr erringen. BIG kandidierte zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 9. Mai 2010 mit Spitzenkandidat Harlock Yildiz. Dieser erklärte mit BIG-Generalsekretär Armin Thomas-Bongatz im April das Überspringen der 5%-Hürde als nicht illusorisch und hielt. 400.000 Wahlstimmen für machbar. Im Mai benannten sie als Wahlziel in NRW erst mal 10.000 Stimmen. BIG erreichte einen Zweitstimmenanteil von 0,2%. Konnte somit die 5%-Hürde zum NRW-Landtag nicht überwinden und bekam mit weniger als 1% der abgegebenen gültigen Stimmen auch. Keine Wahlkampfkostenerstattung aus Landesfinanzmitteln Die Partei erhielt bei der Hamburger Bürgerschaftswahl am 20. Februar 2011 3.169 Stimmen und konnte kein Mandat erringen. Auch bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 27. März 2011 erhielt BIG mit landesweit 3.463 Stimmen kein Mandat. Zur hessischen Kommunalwahl im März 2011 wurde BIG in drei Städten zugelassen und erhielt in Frankfurt 0,2%, in Darmstadt 0,4% und in Wiesbaden 0,3% der Stimmen. Die Partei wollte auch bei der Bürgerschaftswahl in Bremen am 22. Mai 2011 teilnehmen, trat jedoch zugunsten der bremischen Integrationspartei von ihrem Vorhaben zurück. Bei der gleichzeitigen Kommunalwahl erreichte der im Beiratsbereich 06 Gröpelingen antretende BIG-Vorsitzende Shahin Salbas 2.6% ein Beiratssitz blieb ihm jedoch verwehrt. Die Partei trat bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 18. September 2011 an, wobei sie mit 0,5% der Zweitstimmen kein Mandat errang. Bei der vorgezogenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2012 beteiligte sich die Partei mit einer Landesliste und erreichte landesweit 10.715 Stimmen, was einen Rückgang von 3.148 Stimmen gegenüber der Landtagswahl 2010 bedeutet. BIG trat bei der Bundestagswahl 2013 in den Ländern Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg an und erhielt bundesweit 2.680 Erststimmen sowie 17.743 Zweitstimmen. Noch 2011 erklärte die Partei. In zehn Jahren sind wir in der Regierung. Bei den Bonner Kommunalwahlen 2014 verlor BIG einen der beiden Sitze im Bonner Stadtrat, da die Partei nur noch 1.943 Stimmen erhielt. Profil und Themen Forderungen der Partei sind die Stärkung von Chancengerechtigkeit sowie die Integration von Muslimen. In der Bildungspolitik setzt sie sich für eine Neustrukturierung des Schulsystems ein und fordert insbesondere eine verbesserte sprachlichen Förderung von Kindern und eine stärkere Eigenverantwortung der Hochschulen. In der Integrationspolitik spricht sich die Partei in ihrem Grundsatzprogramm für die Beibehaltung der kulturellen Identität von Migranten aus. BIG bestreitet eine islamische Partei zu sein, man vertrete den Islam nach Koran und Sunna, der gehöre aber nicht zum Parteiprogramm. Zum Programmpunkt Wirtschaft vertritt BIG die Forderung nach einem zinsfreien Wirtschaftssystem. Über die Teilnahme am ko-edukativen schulischen Schwimm- und Sportunterricht sollten die Betroffenen selbst entscheiden. Konkret fordert BIG ein Recht auf doppelte Staatsangehörigkeit, erleichterte Familienzusammenführung und kommunales Ausländerwahlrecht. Die weiter genannten Schwerpunkte Wirtschaft, innere Sicherheit, Familie sowie Umwelt- und Energiepolitik bestehen bisher aus allgemeinen Absichtsbekundungen. Unter anderem wird die gesellschaftliche Bedeutung der Familie, die als Zusammenschluss von Mann und Frau verstanden wird und staatlicher Förderung bedürfe, herausgestellt. In türkischen Medien in Deutschland wird über die Unterstützung der BIG durch die türkisch-islamische Fethullah Gülen-Bewegung und die AKP berichtet. Die Union europäisch-türkischer Demokraten, die als europäischer Amt der AKP gilt, rief alle türkei-stämmigen Wahlberechtigten dazu auf, die BIG zu wählen. Die Neugründung der BIG wurde auch von der Islamischen Gemeinschaft Deutschland begrüßt, im Namen ihres langjährigen Vorsitzenden Ibrahim el-Zayat, der auch Treuhänder von Islamic Relief ist. Das Online-Magazin Telepolis findet, nicht nur der Name, Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit erinnere an die türkische AKP. Und auch wenn die Partei ausdrücklich nicht als islamische Partei auftreten wolle, habe sie doch mit Multikulti nichts zu tun. Gemäß deutschem Parteiengesetz dürfen Ableger ausländischer Parteien nicht an Wahlen in Deutschland teilnehmen und laut türkischer Verfassung sind türkischen Parteien Auslandsorganisationen verboten. Bundesvorsitzender Harlok Yildiz erklärte, es gebe absolut überhaupt null Verbindung zur AKP, man habe alle Parteien in der Türkei einzeln besucht. Um eben auch eines klarzustellen, dass wir weder eine organische noch eine ideologische Verbindung haben wollen. Bei einer BIK-Wahlkampfveranstaltung in Berlin trat Nevse Yaltintas auf ein Gründer der türkischen Partei AKP und bat um Unterstützung für BIK. Im Januar 2011 erklärte der Vorsitzende Harlok Yildiz in einem Interview mit dem Express vom 21. Januar. Wenn der Verfassungsschutz so sicher ist, dass es in Bonn potenzielle Attentäter gibt, dann soll er sie doch festnehmen. Gegenüber dem Generalanzeiger Bonn hielt er eine Aufstockung von zehn Beamten im Bereich der Bekämpfung des islamischen Extremismus beim Bonner Staatsschutz für übertrieben. Stattdessen soll er auf die Fanatiker zugegangen und der Dialog gesucht werden. In einem Flugblatt mit dem Titel Alle Kinder schützen. BIK-Partei gegen Schulfachschwul polemisierte BIK gegen Homosexualität und bezeichnete diese als Minderheitensexualität, vor der die Kinder bewahrt werden müssten. Der Kreuzberger Kandidat Ismail Öztanli erklärte, man müsse Berliner Kinder vor der Unmoral schützen. Der BIK-Spitzenkandidat Ismail Misielogu sagte, man wolle verhindern, dass Schülern künftig Homosexualität schmackhaft gemacht werde. Das Flugblatt behauptet Unterrichtsvorschläge, die der Berliner Senat 2006 unter dem Titel lesbische und schwule Lebensweisen für weiterführende Schulen ausgearbeitet hatte, sollten für den Unterricht von Erstklässlern übernommen werden. Der Parteivorsitzende Yildiz entgegnete der öffentlichen Kritik auf das Flugblatt, dieses richte sich nicht gegen Homosexuelle, sondern gegen die Schulpolitik des Berliner Senats. Im Berliner Wahlkampf 2011 betrieb BIK eine Plakatkampagne gegen den SPD-Politiker und Bestsellerautor Thilo Sarrazin. Eines dieser Wahlkampfplakate erregte Aufmerksamkeit durch seine Rechtschreibfehler, die mit einem Plakatdruck in China erklärt wurden. Während der Landtagswahl 2012 in Nordrhein-Westfalen forderte BIK ein Verbot von Wahlkampfplakaten der Landespartei Bürgerbewegung pro NRW sowie die Prüfung eines Verbotsverfahrens gegen die Partei. Gemeinsam mit einem sachkundigen Bürger von Bündnis 90 Die Grünen in der Kommunalpolitik warf BIK im September 2012 dem Bonner Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch vor, mit dem Jüdischen Nationalfonds eine nationalistische Organisation zu unterstützen. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit kritisierte die Partei dafür in scharfen Worten. Wir fragen uns, warum BIK sich eine Kampagne für mehr Rechtsstaatlichkeit im demokratischen Israel aussucht. Im Bundestagswahlkampf 2013 warb sie U.A.R. mit homophoben Plakaten.